Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben und mit dabei ist heute auch wieder der Tobi, der sich da oben schon so wunderschön lang baut. Wir beobachten ihn mal. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind übrigens auf einer 4x3 Map called Wonderland. Und wir sind zu zweit. Ja, aber es macht nichts. Aber es ist eine 4x3 Map. Ja, ich weiß. Aber ich habe gesagt, wir sind nur zu zweit. Jo, witzig. Echt lustig, oder Leute? Wie fandet ihr es? Fandet ihr es witzig oder wüstig? Ich würde sagen, ich fand es obermega kriminell. Los geht's. Leute, was haben wir diese Runde vor? Ich verrate euch mal ganz kurz die Taktik, die wir auffahren werden. Fängt mit G an und hört mit E-Winnen auf. Schätz mal, Tobi, was ist es? Gold holen. Richtig. Und was morgen wollen. Gold holen und gewinnen, das ist es. Ja, wir sind die Ersten. Chill, die sind alle dumm wie... Ich wollte gerade sagen, die sind alle dumm wie ein Stück Scheiß und fallen runter. Tobi, ganz schnell, Blöcke in die Mitte. Ähm, as fast as you, so schnell wie du kannst. Okay, zu spät. Ich hab den Stack gebracht. Na, zu spät. Wow, krieg ich hier wieder die Pings des Todes. Okay, bin tot. Die Pink-Kombos... Ich hab immer in sieben Eisen. Die Pink-Kombos auf dead, hab ich da wieder bekommen. Auf dead. Auf dead. Auf dead. Ich brauch mal eben hier... Äh, grün kommt, grün kommt. Wenn da, wenn da. Den sollte ich zumindest lange genug aufhalten können. Okay, hab ihn. Schade. Hä? Achso, er ist auch gestorben. Ich wollte schon sagen, wie kann der so schnell schreiben? Haben wir gerade jetzt runtergekickt. Äh, Tobi, rot kommt. Oh? Ja, rot kommt. Woher wohl? Da darfst du jetzt mal raten, ne? Oh. Okay. Ach, das ist hier nochmal Eisen mit. Ne, ich kaufe jetzt einen Bogen. Nein, nur in die Mitte. Ne, das ist in die Base. Ups, Hitler. Warum heißen alle irgendwas mit Mitte? Ist das cool geworden? Ja. Tobi, ich lege einen Bogen in die Kiste. Ich hab auch nochmal vier Gold. Shit. Komm nach Hause. Nein, nein. Nicht mich hauen. Äh, der kommt. Jo, ich nehm den Bogen mal wieder aus der Kiste raus. Ja, ich bin jetzt auch da. Wieder. Okay, er läuft sich hoch. Ah, ich kann tatsächlich... Es leckt. Ach du Scheiße, es leckt richtig. Ja. Wir sind noch nicht ausgetimt. Ich werd austimen. Nein, nein. Und wie ich austimen werde, es passiert nichts mehr. Und das ist schon zu lange. Ach, als ob ich jetzt austime. Ja, ich bin ausgetimt. Geil. Was soll das denn? Warum tame ich denn aus? Ja, ich hab jetzt auch... Hey Leute und willkommen zurück zur nächsten Runde. Ihr habt ja gerade schon kurz am Anfang gesehen, wie nice wir gespielt haben. Und dann kam der Time Out. Jetzt hat Tobia noch genau fünf Minuten ungefähr. Das heißt... Sei mal kurz leise jetzt. Wenigstens in der Begrüßung. Wir spielen Quick Bad Wars. Und nach fünf Minuten ist da ja unser Bett eh weg. Das heißt, wir machen jetzt hier eine schöne, ordentliche Rush-Runde. Und ficken andere Teams. So sieht's aus. Steve Skinner im Team hier und... Boah... Wenn ich das schon wieder sehe hier... Also Team Nutz... Oh, Marco ist in Team Grün. Das ist ein Verräter. Aber was ist ein Arschloch? Weil... Ne? Deswegen. Geh direkt auf Grün. Ähm... Ne, gehen wir erst die Typen, die sich Gold holen, runterschlagen, oder? Wobei Gold ist hier gar nicht so ein großer Vorteil. Wo ist denn hier das Bett? Äh, ich weiß es nicht, Tobi. Beeil dich, Junge. Tobi, get it. Das ist da... Du musst da einfach so eine Steintreppe hoch. Ich weiß nicht, wo das Bett ist. Du musst da so eine Steintreppe hoch. Das ist doch wohl offensichtlich. Sag das doch. Ich hab die nicht gesehen. Als ob. Ja, ich hab mich hier einmal umgedreht und direkt diese Steintreppe gesehen. Die ist doch wohl... Nicht offensichtlich, ganz genau. Die ist ja wohl das offensichtlichste, was ich auf dieser Welt je gesehen habe, ey. So, ich hol gerade mal Zeit. Unser Bett soll ja ein bisschen überwintern, ne? Sehr schön, sehr schön. Ach, das Humaco. Leih. Gar nicht realisiert. Humaco ist tot. Oh Gott, dammit. Ja, ich... Ja. Nein, nein. Alles gut fallen. Ich dachte irgendwie, du würdest Humaco schlagen, aber eher umgekehrt, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. Als ob. Ja, schön, ey. Ich hab gerade unsere ganze Zeit verloren. Na egal, jetzt geh ich rushen. Jetzt wird zerstört, liebe Leute. Das, das, das wollte ich sehen, das weiß ich. Oh, hier ist einer. Sehr schön. Einer zu uns. Kein Problem. Wo Marco war's? Arschloch. Jetzt... Bist du ganz selten hier. Hä? Nice trocken. Der hat null Rückstoß bekommen. Mama. Ja, was soll dat denn? Mama. Ich hol mir jetzt einen Rückstoßknopf. Warum? Hä? Einen Rückstoßstock, kein Rückstoßknopf. Zack. Okay, Tobi, wir müssen... Wir müssen das zweite Package holen, dann hast du die perfekte Rush-Ausrüstung. Wir müssen uns jetzt... Das zweite was? Zweite Package. Wie? Als... Hier schlicht ich auch noch runter. Kann doch nicht wahr sein. Im Flug. Mann, die haben hier alle zu viel Stil. Das ist echt so. Wir haben gar kein Scrim mehr. Zack. Jetzt aber jetzt. 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 Wenn ich jetzt vorgehe als Tank und du hinterher rush, dann machen wir es. Ja, wenn du auf mich warten willst. Äh, blau hat eine Verbindung, blau hat eine Verbindung zu uns. Außenrum. Jo. Warte mal lang. Ja. Habe ich vor. Wollen wir eben nur eine Spitzhacke. Blöcke. Ich bin schon auf dem Weg. Und was zu essen. Okay, ich komme. Oder wie weit ich schon weg bist. Hauptsache, warte auf mich, warte auf mich und er rennt vor. Mal schauen, ob ich die... Ah, jetzt habe ich die offensichtliche Steintreppe zurückgefunden. Ja. Boah. Ist echt. Oh, das Bett von Blau ist auch. Ich bin bei Geld. Und von Geld beliebt. Loy. Wow. Dann, hier kam gerade nur der Blaue lang. Hier kam gerade nur der Blaue lang. Egal. Egal. Alles cool. Ich könnte probieren, zu Blau zu rushen. Die haben keinen Bogen. Komm. Los geht's. Wo warst du dich denn lang? Ja, einfach hoch. Er kommt. Er geht zu sich, glaube ich. Tobi, bau dich höher. Okay, ein Blauer baut sich einfach nur hoch. Relativ straight. Den lenke ich ab, wenn du jetzt... Oh. Uncool. Okay, zwei Blaue habe ich abgelenkt. Ja, ich bin bei denen. Also, ich habe zwei volle Krypto-Blaue abgelenkt hier gerade. Ich habe mich zurückgezogen. Um unser Bett ein bisschen zu deffen. Ich habe den Equipment... Damit ich komme nicht lang. Und dann kommt wieder sowas. Was soll das denn? Ich habe den am Package hingelegt. Also, 64 Dinger. 64. Was ist das? Das ist das Rushy Kripp. Wie, dann ist das Rushy Kripp? Achso, du meinst einfach immer einen Stack ausgeben, oder was? Einer kommt zu uns. Von wo? Oben lang. Hä? Nee. Grün. Ah, jo. Den hole ich mir. Das ist der Humako. Der hat jetzt eine Ninja... Die haben gecompetiert, ne? Eine Ninja ist Assassin. What? Okay, er ist auch tot. Blauer volle Krypto, der kam, war auch tot. Blauer war hinter mir. Okay, wir müssen... Ich habe einen volle Krypto-Blauen gerade getötet. Ja, blauer hat nichts mehr. Ja, dann los. Deiner hat das Team verlassen. Ja, ähm... LOL. Jo, Blau geht jetzt down. Und die verlassen das Spiel gerade. Ich muss kurz husten. Was ist... Wir bräuchten Zeit. Ich hole, ich hole. Einer holt schon. Boah Gott, meine Augenträne ist vom Husten total. Boah Gott. Moment, eben einfach auswischen. So ist schon etwas besser. Ja, ich habe einen blauen. Chillig. Und wir haben nochmal Zeit. Das ist gut. Ich hole direkt die nächste Zeit. Ein grüner lebt noch. Könnte das nur sein. Der hat die Bracekul. Ja, nicht der Umarco. Den habe ich getötet. Mit einer Ninja Assassin. Attacke. Weil ich war leise wie ein Ninja und kam von hinten wie ein Assassiner. Krass, ne? Ja. Ich komme zu dir, Tobi. Ich komme zu dir. Soll ich eben noch ein bisschen was zu futtern? Kaufen und dann hier so ein bisschen. Oder noch ein paar Blöckchen. So. Let's hunt, guys. Let's hunt. Where's the blue one? Also ich muss jetzt aufhören. Ähm, nein, Tobi. Was ist denn der letzte blaue? Ich weiß nicht. Aber so lange bleibst du jetzt noch hier. Ja, wir haben noch 28 Sekunden. Müssen uns beeilen. Sonst, äh... Geht unser Bett kaputt, aber sonst passiert nichts. Ich... Du hast dich küsstet. Ich muss nochmal husten. So, da bin ich wieder, Leute. Hä, wo ist der? Da, ich hab ihn, ich hab ihn. Von gelb. Von gelb in der Mitte jetzt. Jetzt hab ich mal ein Steak weggebrochen. Oh, jetzt rushen alle. Das ist vielleicht auch nicht die beste Taktik. Beobacht ihr den mal bitte, was der tut. Er baut sich einfach nur hoch. Nicht. Nicht alle, nicht alle. Wobei, ist eigentlich... Wow, er baut sich hoch. Komm, noch Block. Na... Versuch, den jetzt einzuholen. Er hat ne Angel. Ist das low. Er ist ein mieser Bastard, aber ich hab überlebt. Alter, was ein Hohensorn. Echt so, sorry für die Wortwaffe. Jetzt leckt der Tobi gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Du kannst reden. Sowas ist echt low. Ja gut, ist halt Taktik, ne? Das ist halt Taktik, was er gemacht hat. Die Frage, also was jetzt echt uncool wäre, wenn er da stehen bleibt, was er gerade macht. Weil das hat... Ja, seine Taktik, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und wir haben uns halt immer mehr Zeit. Und es passiert quasi nichts. Ja, ja. Er lässt sich auch wahrscheinlich. Ja. Damit wiederum erreicht er dann halt nichts. Puh. Scharf. Na, Bamba kann das nicht sein, oder? Ne. Das ist Quatsch. Das wäre wohl lächerlich. Ich brauche einen Leitern. Jo, stimmt. Ich brauche einen Leitern. Gibt hier doch Leitern. Ich brauche einen Leitern. Und Tobi ist weg. Ich weiß nicht, ob komplett. Ist doch wieder da. Ist klar. Ich brauche einen Leitern. Wobei, ich mache eben Zeit. Ich habe 100 Sekunden für unser Team. Jetzt sind wir wieder bei 2 Minuten. Boah, das ist so low, Alter. Wie kann man denn so Badwatch spielen ohne Spaß? Alter, ich habe 37 Gold, Tobi. Warte. Locker können wir uns sehen, was cool ist, kaufen. Ich habe eine Gravitätsgranate, Junge. Ja, mach, mach, mach. Ja. Das wird cool. Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, doch, wirklich. Das wird cool. Ich baue mich schon mal hoch. Boah, Junge. Wenn das funktioniert, dann freue ich mich wie so ein kleines Kind. Wow, Alter. Alter, ich muss sie aber richtig hochwerfen dafür. Ich baue mich ein bisschen hoch. Sicher, äh, okay. Er lässt Schafe wieder fallen. Schafe machen ja nichts. Doch, die sind direkt über mir. Schafe machen doch was. Es verfolgt mich. Es ist klug. Warum sind die Viecher auf einmal klug? Warte, Tobi, ich baue... Äh, der baut sich gerade. Wir haben ja keine Bögen, stimmt. Ja, der würde mich hier rauskriegen, aber das schafft er nicht. Okay, warte, jetzt kommt gleich die Granate. Warum ich jetzt ein bisschen... Ich habe nur noch 18 Blöcke, aber das sollte reichen. Das wird geil. Ach, ich habe ja auch nur Leitern. Leitern haben wir auch noch. Digga, diese Scha... Boah, ich wäre fast gestorben. Baut er sich höher? Wenn er sich jetzt noch höher baut, ne? Alter, ich wäre fast gestorben. Was mache ich denn hier immer? Ja, er hat sich noch höher baut, tatsächlich. Okay, jetzt kommt die Gravitätsgranate. Ja, guck mal, du kannst bis hier hoch. Ich habe hier eine Safe-Plattform gebaut. Äh, ihr wäre jetzt gerade runtergefallen. Warst du das? Das war ich. Ja, 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 finde ich. Äh, der steht nur noch auf ein paar Blöcken. Das ist ein Untergang eventuell. Werfst du? Oder was hast du vor? Ähm, ja, mach ich. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, sie trifft. Echt? Ja. Oh, ich habe ihn. Alles gut, alles gut, alles cool. So, stopp, das muss sein. Es hat funktioniert, es hat funktioniert, es hat... Es ist doch kein Gäcki. Es hat funktioniert, Leute, es hat funktioniert. Ich freue mich. Ja, ich mich... Ach, schön. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da. Ähm, und falls ihr mehr sehen wollt, vergisst nicht zu abonnieren. Halt dein Maul, Tobi, jetzt. Falls ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder, haut da rein und... Tschüss. Tschau. 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 Vielen Dank.